Hi, ich bin Andi und ich bin ein Brony. Was ist ein Brony? Brony sind vor allem männliche, meist ältere Fans der Serie My Little Pony Friendship is Magic. Nun die Frage, warum werden Männer Fans von kleinen, süßen, sprechenden Ponys? Serienschöpferin Lauren Forst wollte eine Version der Ponys kreieren, bei der die Eltern nicht schreiend weglaufen, sondern auch sitzen bleiben und Spaß haben, wenn der Fernseher angestellt wird. Und damit erschuf sie unwissentlich einen Volltreffer, auch für Jugendliche und Erwachsene. Der oberflächliche Eindruck, den die meisten bekommen, wenn sie Intro und Optik der Serie zum ersten Mal sehen, ist falsch. Dies ist keine anspruchslose Kleinkindserie. Wir haben hier super geschriebene Charaktere mit Tiefgang, Witz, tolle Musicalnummern, Abenteuer, Slice-of-Life-Stories, zuweilen auch mit düsterem Einschlag. Und wir leben auch in einer Zeit, in der Geschlechterrollen hinterfragt werden. Es ist bunt, es ist süß, das ist nichts für Männer. Blödsinn. Ja, so viel von mir zum Thema. Macht's gut, tschüss!